Wir tragen Straßenkarten mit uns, die uns durch jeden Winkel der Welt navigieren. Und wir können, wo auch immer wir wollen, zum Beispiel unsere Heizung regulieren. Digitalisierung verändert stetig unser Privatleben, aber auch unsere Wirtschaft. Die gemeinsame Initiative Wirtschaft 4.0 des Landes Niederösterreich, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der Industriellenvereinigung Niederösterreich unterstützt Ihr Unternehmen und steht als starker Partner an Ihrer Seite. Nutzen Sie die Chancen der Digitalisierung und nehmen Sie mit uns neue Herausforderungen an. Wirtschaft 4.0 – eine große Chance für niederösterreichische Unternehmen. Nutzen wir sie gemeinsam. Durch die Digitalisierung steigt die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, gilt es, die Digitalisierung zu nutzen. Das bedeutet aber, verstärkt in Aus- und Weiterbildung zu investieren. Das Ziel von Wirtschaft 4.0 ist es, Betriebe unabhängig von Größe und Branche auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen und somit den Wirtschaftsstandort Niederösterreich weiter zu stärken. Unsere Leistungen umfassen Wissenstransfer, maßgeschneiderte Bildungsangebote sowie Beratung und Förderung aller niederösterreichischen Unternehmen. Lassen Sie uns unter dem Motto Vernetzt in die Zukunft gemeinsam Chancen nutzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.